Ich mache hier die Lehre zum Fachmann Gesundheit. Ich bin im ersten Lehrjahr. Und gefällt es dir? Mir gefällt es sehr, ja. Es ist sehr abwechslungsreich. Man weiss nie genau, was einem erwartet. Aber ich finde, als Lernende wird man hier sehr gut begleitet. Und man muss eigentlich keine Angst haben vor irgendetwas. Ich denke, am besten gefällt mir der Erholungsprozess oder der Heilungsprozess der Patienten mitverfolgen. Dass man sieht, wie es manchmal in der Woche, manchmal auch im Monat immer wieder besser wird. Ich bin 16 im Moment. Ich bin 16 im Moment. Ich bin 16 im Moment. Untertitelung des ZDF, 2020